Zuerst die gute Nachricht. Die Ältere stehen ganz kurz davor, die Varesi-Portal-Technik zu verstehen. Die schlechte Minuten vor dem Durchbruch hat ein Splittersturm das Forschungsteam zerfetzt. Der letzte Überlebende des Teams hat Verstärkung gerufen, um das Experiment zu beenden. Und offenbar ist das Bolldor. Das wird spannend. Cool, ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Ich bin der Onkel und wieder mit der Stadt ist der Znurks und der Smirks von Zweikampfsofa. Juhu! Juhu! Ja, das ist lustig. Ja, also ich wähle wieder meine Heilerin, den Wassercharakter vom DLC, die Alani, die alle wegschnalzt mit ihrer Wasserwelle, Wasserdrachen, Wasserspein, Wasserspucken, einfach Feuchtgebiete. Beruhig dich. Okay, bin wir mit. So, und du bist die Orendi. Mal wieder. Du wünschst dir einfach nur, in Wirklichkeit vier Arme zu haben. Ich bin natürlich genug der Rass. So, und du willst der schwertschwingende Vampir in Wirklichkeit sein, oder? Richtig. Stimmt, das ist Vampir gewesen, ne? Ja, das ist so ein Vampir, der kriegt ja Heilung durch Schaden irgendwie so, war das doch, oder? Ja. Ich habe auch irgendwie so ein Attribut mit irgendwas Vampir getönt. Genau. Kann man da irgendwie aussaugen. No Vampire. Das Mädchen hat's dir ja gesagt. Und der Level ist übrigens jetzt wieder so ein offener Level, wie wir es in den Orange-Spielen hatten. Nee, nicht ganz. Doch, doch. Nein, nein. Also, guck dir mal die Level an. Der ist offen. Nein, nein. Ach, der ist ein Ausbau, oder? Genau. Das Launch ist irgendwie vorbeigelaufen. Du weißt, dass wir alle hinter dir noch weit weg sind, ne? Ja, ich mach mal ne Kiste auf. Ich muss mich aber beeilen, weil ihr beide habt so klebrige Hände. Da muss ich mich ja richtig beeilen. So, der Massenlorder ist da. Jetzt kommt's losgehen. So, der Massenlorder ist da. So, der Massenlorder ist da. Was ist das denn hier? Haha. Hast du's abgeholt, oder was? Ja. Oh, geil. Ich wusste es, ey. Massenlorder 2, cool. Streitet ihr euch jetzt da, oder was? Nein. Boll, hier oben. Aua. Das ganze Forschungsteam wurde im Splittersturm getötet. Voldor muss der einzige Überlebende sein. Nichts kann Voldor töten. Viele haben's versucht, alle gescheitert. Und der labert, ey. Unglaublich. Hm. Äh, wohin? Ach, da oben, okay. Ach ja, das ist nett, ja. Ah, ja. Ah. Ah, L-Drittwissenschaft. Vor ihrem Tod durch das Wetter sagte die Beobachterin zu Voldur, wird das Varelsi-Portal-Experiment gestört, sind die Daten verloren. Wir müssen das Experiment beenden und alle im Weg stehenden töten. Ah, jene Rittensoldaten entdeckt. Bereit machen für epische Verteidigung des Portals. Na toll, Verteidigung, da wo die Schülle sind. Mhm. Ich fange ein paar Dinge an. Ach ja, ich hab keine Splitter. Ich hab keine Splitter. Ich hab da ja auch mal Ende. Warte, wo hast du denn noch? Ah, ich hab auch keine mehr. Der braucht schon Splitter. Der macht das so. Voll die Handarbeiter, okay. Mach mal das mit der Hand. Genau. Lelda. Okay. Hä, wo kommt der denn? Ja. Geh weg. Hä? Ja. Ah. Ich bin auch gut, dass ich einen Splatter bei ja hab. Du der. Da. Hunder, da. Nämlich, was? Gute Mischung. Der muss auch weg. Der muss auch weg. Ich dachte, ich brauche, du machst ja richtig mit dir. Der ist ja gut. Ähm, da. Müllkantiener, Müllkantiener. Die explodieren ein bisschen so hoch, ne? Ich muss weg von dem Snorks. Da wird mir mal meine Feinde weg. Stimmt doch überhaupt nicht. Nein. Ich hätte dir nie gedacht. Mein Gott, wo denn nur? Da, so ein kleiner Pups-Krabbelkäfer-Tonne-Biscard-Krash. Das ist ja nicht so hoch. Gewalt löst alle Probleme. Der freut sich einfach. Ah, Arminine verliert Energie. Gewalt löst fast alle Probleme. Sag ich doch. Das hier vielleicht auch? Was können wir tun? Die Notfallenergie-Station ist nah beim Observatorium. Aber ich kann sie von hier nicht aktivieren. Ich bin da hier auf einem Bein. Könnt ihr euch um den Nordstrom kümmern? Okay. Zwei Totenschädter. Der Anführer dieses Lumpenpacks informiert das Imperium über ungesicherte Kommunikation. Da hören wir doch mit. Oh, zwei Totenköpfe? Zwei? Hast du zwei gesagt? Da ist ein paar mehr geworden gerade. Oh. Oh, kacke. Kommt ihr denn her? Wo kommen die überhaupt alle her? Meine Tante hat gerade gesagt, ich finde nie Freunde, wenn ich immer alle umbringe. Ja, da hat sie wohl recht. Warum bin ich hier am Boden? Hallo? Wie toll. Ich finde nie, Freunde, wenn ich alle umbringe. Könnte was Wahres dran sein. Bist du ein Schnellchecker? Hast du auch gemerkt, ne? Stunden später. Worüber lachst du denn? Auch den Witz, der vor einer Stunde erzählt wurde. Habe ich jetzt verstanden. Ihr könnt auch gleich alle alleine spielen, genau. So, tot. Irgendwo einer? Na, zwei Käfer hier. Aua. Das ist nicht weg. Wieso hin denn hier? Hä? Okay, ich sehe noch einen Todenschädel, aber... Ja, ich habe mich draufgestellt, aber da ist irgendwie unter uns vielleicht. Muss wo unter uns sein. Ja, da ist er. Ist noch beigebrannt, scheiße. Guten Tag. Wir scheinen Glück zu haben. Kein Zeichen des Imperiums. Aktiviert sie. Wir brauchen den Strom ganz brengend. Ich würde gerne erst mal ein paar Tourettes setzen. Tourettes setzen? Ähm, das Ding ist über uns. Mist. Na. Oh. Na. Komm ich da hoch? Hö, weite Wege. Hö. Hö. Oh Mann, ey, diese Wege. Diese Wege. Na, komm schon. Ja, wenn du was hast. Ja, dann. So. Jetzt können wir mal weg. Was können wir? Ich starte mal. Anmachen. Ach so. Wupp, 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 wupp. Es rumpelt. Es rumpelt richtig viel. Danke sehr, Energietransfer reingeleitet. Diese Imperium-Verstärkung kommt näher. Macht euch bereit. Machen wir. Wir müssen Sie beschützen hier das viel, ne? Drei, zwei, eins. Oh. 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 Moment, mach das. Durchbruch. Wo? Bei dir? Ja, so. Tüder vor quasi. Ja, genau. Blindorn? Sag mal, wie sind sie denn so hart hier, ne? Tüder. Ja, Schwertkämpfer. Wie hast du Gegner, Schwertkämpfer? Nein, ach so, du bist da. Ah. Nee. Okay. Ich hab Gegner, Schwertkämpfer. Ach. Oh ja, die sind genauso hart wie du. Das merke ich gerade. Oh, oh, oh. Geht gar nicht kaputt hier. Ich wurde nicht mal unkonzentriert. Oh, 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 oh. Äh, Flugnasen? Ja, ja. Wir haben gerade einen Durchbruch. Nasen? Unsere Turils bei der Zentrale kaputt. Das sieht aus wie eine Nase. Das ist eine Flugnase. So. Okay, genau da. Richtig. Mein Gott, geht aber kaputt. Ach ja, der Schwertkämpfer ist ganz woanders, sehe ich gerade. Ich hab hier übrigens den Feindern. Ja, der macht da, wo wir spawnen, fertig. So, das war gut. Hier haben wir nochmal sowas. Ich baue nochmal ein paar Türmchen, wenn ich kann. Was willst du denn da finde? Ja, ich arbeite daran. Onkel, hast du noch Gegner? Ja, war? Ja, ja, ich habe gerade einen großen. Jetzt ist er weg. Du hast gerade einen großen... Was? Ich habe gerade einen großen. Gegner. Ich bin schon klar. Dinge, die wir nicht wissen wollen, Teil 1. Ja, manche finden da Spiele geil. Und nun stehe ich hier. Geste Welle ab. Irgendwann. Ja, schon da, aber ich weiß nicht wo. Oh, jetzt. aber wir beide zusammen machen sie echt gut weg kann man nicht anders sagen da oben kommt man dahin gar nicht ja kaffee herrn sie ja ja war die fall nicht runter warum das nicht Irgendwas ist bei der Zentrale, ne? Ist das jemand bei der Zentrale? Nö. Okay. Da ist ein Kern-Kamper hier, der... Oh, das ist nicht so, wenn ich mich erst da bin. Energietransfer abgeschlossen. Das Experiment ist vorerst sicher. Kommt zurück zum Avenida-Observatorium. Antimon Tempes, wo bleibt die Verstärkung versandt? Verstärkung ist unterwegs. Ich habe mich selbst darum gekümmert. Aber bis Sie da sind, zählen wir auf euch. Das Eldren-Kortal-Gerät muss zerstört werden. Lord Commander, rennt rein! Bitte tötet mich nicht, mein Lord! Äh, ganz woanders. Nein, sei nicht albern! Ich bin da! Oh, du bist doch hingelaufen! Todesmarsch zum Observatorium! Jetzt! Sonst wird Render uns alle töten! Ich versuche mal ein paar Turrets aufzubauen, ja? Ja, super, ich bin da stehen geblieben. Ich auch. Ja, jetzt sind wir mal ein Rennen hier, ne? Da ist auch schon das erste Türmchen. Wo sind die ersten Gegner? Irgendwo sind schrecklich erschienen. Ja. Da wollen wir ersparen. Oder die Dinger ein. Ja. Echte Seite. Für. 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 der lebt noch also das hat spaß gemacht okay die sind weg dazwischen müssen noch welche sein da ich habe keine knete mehr jetzt gerade vor uns gegner jede menge ganz böse ganz viele rechte seite ist aber auch alles was geht hier ab das wird jetzt schwierig wir müssen uns irgendwie aufteilen glaube ich ich glaube wir sollten uns lieber an unserem verteidigungspunkt treffen oder im prinzip sind wir ja alle bei unserem verteidigungspunkt ja wenn du dir direkt vor diese dinger stellen kannst du sehr gut die turys machen auch was wir können doch ich mach das selbst panzer ja irgendwie panzer ja da ist er endboss nummer eins nein ich hab meine superwaffe rausgeholt hat der haut ab hat der artillerie gesagt ich versteh mal was von artillerie na da hinzulaufen ist keine gute idee auau ne der brichelt so weg ich geh mal die l Kurd aua 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 heilach Das ist die Heimmaschine. Heiler. Heiler. Medi. Medic. Bleib stehen. Du musst da stehen bleiben, wenn die Fontäne kommt, Mensch. Du stehst da. Sobald die Fontäne ausfricht, bist du weggelaufen. Nein, ich glaube es nicht. Immer wenn meine Spezialwaffe aktiviert, springt der weg. Ja, habe ich auch gerade. Ich habe auch gerade meinen Drachen entsorgt. Oh, 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 was ist das? Das sind Turrets. Der Turrets hingestellt. Erste Turrets weg. Nee, ne. Ich könnte Heim gebrauchen. Okay, danke. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Cool. Ich kann durch das Ding durchschießen. Ja, meine kleine... Die da geht auch durch das Ding durch, aber der springt immer wieder weg. Wo ist er hin? Keine Ahnung, hinterher. Das ist ja ein Nervier. Und jetzt, die Jungs. Rimmel einmal. Rimmel einmal hier. Laufende Hülle. Am laufenden Band. Rimmel einmal hier. Da sind die Energieskerne des Oxalatroniums an. Halt es nicht. Lass die in Ruhe. Ich fuck dir diese Kerne ab. Okay, ich komme mit dem Weg. Oh, fuck. Nein! Schon wieder! Immer wenn ich meine Spezialwaffe nehme, ist der weggesprung der Sack. Ich mag ihn auch gar nicht. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? So bist erledigt! Ach, da ist er. Oh Gott. Da 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 am losen. Gute Arbeit! Voldo, wie steht's um das Experiment? Nur noch einen Moment, Melka. Die Anzeigen wirbeln und piepen und... Oh ja, sie herr! Ha, ha, ha! Portal stabilisiert! Eldred Wissenschaftssekt! Klasse! Experimentelle Daten werden an externes Server übertragen. Und? Nichts. Die Kommunikation ist hin. Vielleicht haben wir unsere Zeit verschwendet. Und unser Leben. In der Nähe ist ein COM-Relais, das noch online zu sein scheint. Das könnte eure beste Chance sein. Ich bin mir sicher, dass das unsere einzige Chance ist. Schnell! So schnell? Genau. Habt ihr schon eine Anzeige irgendwo? Ja, einen Totenkopf sehe ich gerade. Ah. Na dann. Na dann. Auf in den Kampf! Richtung! Warum bist du so schnell? Auf in den Kampf! La, 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 la. Die, die. Äh, le, die, die! Ooh! Da! Böser Bilder was. Bilder! Da da. Ok. ich mach mal wieder so ein... ach ne, das ist mal eine Droner, eine Hochzockdrohne. Wie gesagt, ihr rübergekommen hier. Findest du wieder den Weg nicht? Wie kommt keiner rüber? Rüberrennen? Achso. Na gut. Na, ich bin verschwunden. So einfach ist das. Der kann ja was ab da, oder? Nicht, wenn wir da sind. Und wir machen... Siehst du? Alle weg. Habi! Wow! Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Nee, leider. Gewesen. War schon? Na ja, was müssen wir tun? Wieder was verteidigen hier, denk ich mal. Äh, aktivieren. 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 Mit ACKTIME. Was sagt er? Das muss man bestimmt jetzt wieder verteidigen. Ja, weil das ist ein bisschen doof. Hier kann man runterfallen, ne? Oh, die Verbindung. Exzellent. Perfekt. Ich mach mal Herr Tourette auf. Was unsere Lage betrifft. Frag doch die Unmengen an Feinden, die sich dem Kumri lehren. Die sind sicher nicht tot. Natürlich. Selbstverständlich. Die mach ich auf der Sozialwaffe an, wenn der Schnitzler da ist hier. Der Metzger. Der Operator. Ich hab keine Ahnung. Fleischer. Ich hab ihn ja nicht runter, ne? Also das ist ein bisschen Stoyle. Bisschen Stoyle? Oh, da hinten. Dahinten kommen sie. Da kommen sie. Aber der Schnetzler ist schon da. Ja, genau. Aber wir entfernen uns jetzt so ein bisschen vom Schutz genau. Da ist nicht oben auch einer gerade gekommen. Da hinten hinter uns sind wieder neue Gegner. Ja. Mann ist man ja am Rennen. Das ist ja. Man kann auch verstehen bleiben. Aber wir waren ein bisschen allgeheilig. auch nicht richtig. Äh. 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 Wenn meine hüpfte. Machst du mal. Äh. 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 Was denn? Der rote Punkt. Hilfe. Natürlich der rote Punkt. Und er ist nicht der grüne Punkt. Die werden nicht recycelt. Kann ich dir so sagen. Die raus wie die recycelt können. So los. Die von den Nasen hier. Alter Boom. Boom, boom, boom. Okay. Nicht gut. Ich hab mal hier. Ich mach nicht mal allein, oder? Ich muss mich doch. Ich muss mich ja auch beeilen, sonst ist der Schwertmeister wieder vor mir. Weißt du? Was war das heiß? So. Nö? Wir sind zu schnell für das Spiel. Genau in der Basis. Das reinigende Wasser kommt hier für den Doktor. So. Ich bin Level 10 voll aufgerüstet. Okay. Bin noch nicht dran. Schon vorher das gewesen. Also wir wissen ja schon mal wer die meisten Kills hat. Jetzt wieder aufziehen. Da springst du rüber, oder? Na ja, gut. Da fahren sie rüber. Irgendwie sind ja eins. Oh, was wird's sagen. Dann brauchst du gleich rüber springen. Wir haben dann noch Spaß hier, ey. Ja, da war aber ein Gegner. Oh, ich seh grad X mehr. Boah. Entschuldigung. Ich mach das da hinten, oder ich mach das bei der Zentrale unten. Ich hab noch einen hellen Bildschirm gehabt. Einen hellen Bildschirm. Ja, war es nur noch weiß. Oder war es ein Heldenbildschirm? Ein Heldenbildschirm. Wie geht das an? Genau. Das ist sicherlich. Dunk. Du magst deine Welle, ne? Ich hab noch keine Welle gemacht gerade. Warum eigentlich nicht? Was redest du da? Scheiße, ich bin gedingst. Gedingst? Ja, ich arbeite den runter. Brauchst du ihn ja noch mal. Ich helf mit. Hab ihn. Das hohe Observatorium hat den Erhalt der experimentellen Daten bestätigt. Das ist gut. Check. Check. So wie die Sensorsignaturen von richtig fieser Feuerkraft, die sich auf euch zubewegt. Soll ich laufen oder hier bleiben? Der läuft wieder weg, er lässt sich nicht heilen. Ich muss schon hinterher laufen, um ihn heilen zu dürfen. Wenn die Maschine Portale generiert, könnte man sie fix in ein EMP-Gerät umwandeln. Das könnte die Belagerung auflösen. Heulen. Treff die Vorbereitungen. Der Rest beginnt sich zurück zum Observatorium, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Oh. Zurücklaufen heißt das? Jo. Ja. Gut, dass ich einen Übersetzer hier habe. Ui. 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 Eui. Dich tastet mal. Ähm, ok. O adopted. Ich muss das impor tranquil AG in. Also nichtsjazzig zu sagen. Schönen, auf dem appreciateden automatischenalu erwähnt. P nets. feinde ich denke ein großer bachhaus meine kleine oder viele kleine und da schießen auch schon welche wieder von dieser fronte ja sowas von fronten gesagt und ich wollte sie sich das ist super gewesen ja lala das bietet einen button mission da muss ich gar nicht so also das ist bei mir mal nur dauerfeuer halten sozusagen und ab und an mal drauf bauen ja ab und an mal lb 1 2 3 8 7 5 oder lb 1 lb 2 lb ja xbox fanatiker 120 jahre xbox ja genau aber ihr wisst doch genau was ich meine und stellt euch mal nicht so verzogen an mensch nein ich bin kein xboxer ich weiß nicht wo die testen sind auf der xbox ach sorry das selber in grün wie auf der playstation ach wo sie uns auch dabei ich habe zu früh abgeschossen ich habe keine roten mehr so cool das also unsere unsere tour war ja dann gut was er geht da wäre unsere tür machen ganz gut was weg ja es ist vorbei monster da aus irgendwelchen löchern auf einmal raus dass hat alles ist das große Nein, endlich mal ein Endboss. Schön, wieder die. Können wir warten. Wo seid ihr? Wo bin ich? Warum? Wie viele? Ich bin jetzt gerade auf Richtung... Was? Wo ist denn das Viech? Ich bin nicht hängen geblieben hier. Das haut ab. Da hat Angst. Was? Wo? Hä? Das ist geschützt in einem Schild. Der ist erlaubt. Stimmt, dann hätte ich auch mal die Idee gehabt, das Schilderwelle runterzuhauen. Ne, laufe ich unterher. Och, es geht aber. Also meine Flugwelle macht da auch schon Schaden. Also die kann nicht so viel ab. Anscheinend geht es schneller runter. Sollen wir es ja auch halbentacken? Ja, ja. Ich merke das ja nur halt, wie schnell der runtergeht. Und der andere Boss vorhin ging deutlich langsamer. Wie ist noch nicht da aus. Ich habe ja nicht gesagt, dass er nichts macht. Wie ist noch nicht da aus. Wow. Na, aber der ist schon deutlich weiter runter als die andere Tanne. Oder ob der Sentinel oder wie auch am Hagen sind. Ich höre jetzt nicht so viel. Hochigesicht, ne? Ich höre jetzt aber. Aber Woldo kennt ihr auch nicht. Das ist wahrscheinlich der Aufschlaggebende. Meister ultimative. Ist er gerade abgehauen? Mann, die Zombies hier eigentlich hier. Die Zombies haut ab. Mit sterben würde ich sagen. Mit sterben. Ich höre jetzt gleich tot. Sie ist da. Was war's? Was, 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 was? Woldo, entlade den EMP. Äh, wir sind noch Gegner. Und drückt alle Knöpfe. Darauf war ich emotional nicht vorbereitet. Äh, sie nix. Aber wir haben die zu schnell fertig gemacht. Das Spiel ist doch gar nicht. Reicht fertig oder was? Sehr geil. Cool. Ja, der hat auch nichts gemacht, richtig. Du hast doch gerade mal erzählt, dass er so mitgeholfen hat. Richtig. Das war schon? Das wäre einfach. Mission beendet. Jawohl. Erfolgreich steht er eigentlich nicht. Wahnsinn. Es steht nicht, oh, ein Stoppen gescheitert. Nee, es gibt ja nur Beenden, weil wenn du sie mittendrin verkackst, ist sie vorbei und du musst ganz von vorne anfangen. Ja, da musst du aber ganz von vorne anfangen. Ich weiß, ich war dabei. Jaja, das ist das Problem bei diesem Spiel irgendwie. Man, äh, auch wenn du es online mit anderen spielst, dann bist du darauf angewiesen, dass sie das durchhalten irgendwie. Ich hab Atticus freigeschalten. Wow. Und ein Bolduar. Ich komm nicht ran. Onkel, du bist näher rangekommen, aber ganz hast mich noch nicht eingeholt. Ich bin das Letzte. Immer. Ja, warum spielst du auch so einen vierarmigen Zwerg? Gyn. Zwerggin? Zwerggin. Zwerggin. Ich mag die zwar gerne, weil sie so eine Schuhe durchgeknallt ist. Ja, wir sind durch, ne? Also, das war's, soll ich sagen. Das war Battleborn mit dem Onkel von Gamers Jackal Peer und dem Zweikampfsofa, dem Smirk und dem Snorks. Und wir hoffen, wir sehen euch bei der nächsten Episode dann wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.